Hi Leute, Gerald hier. Heute geht es mal wieder um das hier. Und zwar habe ich ein weiteres Mal in meinen Bücherschrank geschaut und heute mal die Bücher rausgesucht, die meiner Meinung nach die besten Bücher sind, um seine Kommunikations-Skills zu verbessern. Wenn es um das Thema Kommunikation geht, Vera F. Birkenbiel, ich weiß nicht, wenn du sie noch nicht kennst, such da mal nach bei YouTube zum Beispiel und schau dir ein paar Videos von ihr an. Leider lebt sie nicht mehr, aber die gute Vera ist ein Genius gewesen. Und dieses Buch ist eins der besten Bücher zum Thema Kommunikation, das ich jemals gelesen habe. Es ist sogar so gut, dass ich mir gewünscht habe, dass ich es eigentlich zehn Jahre früher gefunden hätte, weil es genau auf den Punkt bringt, wo man sich viele Jahre vielleicht einfach nur Gedanken zu gemacht hat, aber das nicht richtig verstanden hat. Also eine klare Leseempfehlung, Kommunikationstraining von Vera F. Birkenbiel. Das nächste Buch auf der Liste ist How to Win Friends and Influence People. Es ist, also man muss dazu sagen, dieses Buch ist gut. Ja, also das ist ein sehr gutes Buch, aber was ich daran nicht mag, ist, es ist so die Standardlektüre, die jeder Vertriebler in die Hand gedrückt kriegt und es wird von vielen Leuten inflationär benutzt. Und mittlerweile rieche ich zehn Meter gegen den Wind, wenn mich jemand anschreibt und versucht, oder anspricht und versucht, die Tricks hier raus anzuwenden. Nichtsdestotrotz ist es ein extrem gutes Buch, was dir sehr, sehr, sehr viel verrät über die Psyche von Menschen und wie Kommunikation eigentlich funktioniert und ja, wie man auch seinen Willen bekommt. Und es funktioniert auch, ja, deswegen ist es halt die Standardlektüre bei Vertrieblern. Aber wähle oder nutze das Wissen daraus weise, das an dieser Stelle gesagt. Das nächste Buch auf der Liste ist Tribes. Dieses Buch handelt davon, dass viele Leute denken, dass es so etwas gibt wie den geborenen Leader, ja, die geborene Führungsperson. Das Witzige ist, die Leute, die von sich häufig denken, dass sie extrem gute Leader sind, sind es häufig nicht, sondern es sind die Leute, die Verantwortung übernehmen und nicht die einfach sagen, sie würden gerne Macht haben wollen oder Leute führen wollen. Und Tribes geht so ein bisschen darauf ein, wie wichtig die Rolle einfach von Führungspersonen ist, Veränderungen in unserer Welt voranzutreiben und wie man kommuniziert, damit andere Leute einem auch folgen. Und dieses Buch ist sehr dünn und es ist auch extrem groß geschrieben. Also das ist jetzt etwas, das kann man mal an einem Wochenende kurz durchlesen. Trotzdem sind die Erkenntnisse daraus, wenn man sich noch nie mit diesem Thema beschäftigt hat, absolut hilfreich. Das nächste Buch auf der Liste ist Influence und wie man hier an diesen ganzen kleinen Klebezettelchen sehen kann, das habe ich intensiv durchgearbeitet. Ich habe auf diesem Kanal auch ein ganzes Video zu dem Thema gemacht, das findest du hier oben. Hier geht es darum, wie man so kommuniziert, dass andere Leute, genauso wie bei hier How to Win Friends, Friends and Influence People, andere Leute das machen, was du möchtest. Aber es ist mehr auf die Kommunikation auch im Unternehmen ausgelegt. Eins der bekanntesten Beispiele hieraus ist, dass, stell dir vor, du hast eine Warteschlange vor einem Kopierer und du willst aber auch was kopieren. Und die haben dann versucht gemacht, dass die Person, die sagt, können Sie mich mal bitte vorlassen, weil ich kopieren möchte, mit höherer Wahrscheinlichkeit vorgelassen wird, als die Person, die einfach nur sagt, können Sie mich bitte vorlassen. Denn auch wenn die Begründung oder das Warum völlig banal ist, weil ich kopieren möchte, ist ja klar, ich will ja auch kopieren, reicht die Angabe von einem Grund schon dafür aus, dass Leute dann eher bereit sind, einem Gefallen nachzukommen. Das ist eines der bekanntesten Beispiele aus diesem Buch. Und es ist gespickt mit ganz vielen von solchen psychologischen Experimenten. Es ist wissenschaftlich sehr fundiert und eine absolute Leseempfehlung. Das letzte Buch auf der Liste ist Made to Stick. Und auch wenn es hier primär darum geht, wie man eine Idee gut kommuniziert, ist es trotzdem für die zwischenmenschliche Kommunikation unglaublich wichtig. Weil wenn du darüber nachdenkst, eigentlich sind ja alles Ideen. Ob du jetzt von deinem Partner möchtest, dass er am Wochenende mit dir irgendwo hinfährt oder deine Mitarbeiter irgendein Projekt erledigen sollen. Und nach diesem Buch weißt du, wie man am besten Ideen kommuniziert, damit andere Leute sie a. im Kopf behalten und b. auch Lust haben, diese Idee zu verfolgen. Ja, das war's heute schon wieder mit diesen fünf Buchtipps über Kommunikation. Ich bin wie immer gespannt, welche weiteren Empfehlungen du mir geben kannst. Dann schreib das mal gerne einfach in die Kommentare. Und ansonsten findest du hier die Playlist zu allen Buchtipps auf meinem Kanal. Und hier wird, glaube ich, ein Video eingeblendet, was vom Algorithmus her, was der Algorithmus denkt, was jetzt ideal für dich wäre.